Wir sind froh, dass wir unser Spiel mit unserem Lieblingsergebnis, Taleta, gewinnen konnten. Wiederum muss man aber auch sagen, dass es nicht so einfach war, wie das Ergebnis aussieht, weil der Gegner eine gute Mannschaft hat, gut gespielt hat und doch auch die ein oder andere Möglichkeiten nach vorne hatte. Aber selbe dann keine Tore geschossen hat. Die Tore beten ist, dass es definitiv ist, aber es war nicht so einfach. Es war eine gute Versorgung, denn die Tore ist sehr schwer. Deine Tore ist gut. Sie können sich die Hilfen, aber es gibt nicht die Hilfen von ihnen. Wir können uns die Hilfen und uns mit ihnen die Hilfen, das ist der Grund, aber sie haben sehr gut gehalten. Und es ist sehr gut, dass es für die Hilfen der Tore ist. Die Tore ist so einfach. Das ist das erste Mal, dass 3-0 gewinnt. Haben Sie eine Erklärung dafür, dass mein Lieblingsergebnis ist, die 3-0? Und die zweite Frage ist, die Fans auf den Social-Medien sind nicht mit der Leistung von Scherif zufrieden. Was sagen Sie dazu? Zum Egebnis ist es natürlich so, wenn du mal ein Tor schießt und dann das zweite noch, dass wenn der Gegner noch irgendwie eine Chance sieht, dass er natürlich noch mehr aufmachen muss und dementsprechend haben wir dann natürlich eher die Möglichkeit, nach vorne zu kommen und das ist uns meistens gelungen und das sind natürlich die Spiele. Ich habe eigentlich hier erfahren, dass das unser oder mein Lieblingsergebnis sein sollte. Ja, ist schön, ist gut für uns und wir wollen weiter dranbleiben. Vielen Dank. Das ist natürlich so, dass wir die jeden Mal ein schlechteres Spiel spielen können. Er hat viel versucht, er hat viel unternommen und hätte vielleicht auch ein oder zwei Tore schiessen können, aber er ist ein Spieler von uns. Er ist einer der, glaube ich, auch in der Torschützer-Liste, glaube ich, auf dem zweiten Platz ist. Er hat für uns auch schon wichtige Tore erzielt und er muss einfach weiter dranbleiben. Er muss an sich arbeiten, er muss noch mehr Selbstvertrauen haben in sich selber, das ist ganz wichtig und das versuchen wir ihm zu vermitteln, versuchen das weiterzugeben, dass er noch ist, er wird auch in der Zeit. Herr, heute' in der Tore er hat sich zählen. Er hat den anderen사en, dass er nicht stark verkräftet ist, sondern er hat sich reizt. Er hat sich ganz schlecht, sondern er hat einen anderen Tore er hat sich zu tun, er hat sich, aber er Wir haben jetzt noch ein paar Hedäfen in der Zeit, in der 3. Hedäfen. Wir haben uns die wichtigste Hedäfen. Wir versuchen ihn mit ihm zu helfen. Aber er muss auch sein, dass er selber hilft. Er ist in der Zeit, in der Zeit, in der Zeit, in der Zeit, in der Arbeit, in der Arbeit und in der Arbeit. Das ist die Hedäfe und der Hedäfe. Herr, das ist die Frage, die dritte Frage ist. Es ist eine Frage, die dritte Frage. Es ist eine Frage, die dritte Frage. Das war's für heute. Er hat dann in den letzten fünf Jahren kein Tor geschossen, dann von Standard, dann von außerhalb der Achtzehner. Hat es dann damit zu tun, dass jetzt die Geräte, die du gestellt hast, dann aus dem Flughafen rausgingen und Maaloul hat damit trainiert und somit dann hat er ein Tor geschossen. Ich habe ihm gesagt, das stimmt meiner Meinung nach aber nicht, dann habe ich ihm an Tore erinnert, die in den letzten fünf Jahren doch als Standards waren, aber er steht drauf, dass es dann keine Tore, dass wir in den letzten, seit 2018 kein Tor geschossen haben, dann aus einem Freistoß. Also, ich glaube, es geht weniger um die Tore, sondern mehr um die Geräte, die noch im Flughafen sind. Ich habe dann eine Info bekommen, dass das Problem mit den Geräten nicht nur die Ahle betrifft, sondern betrifft auch andere Mannschaften und nicht nur die Ahle. Ich bekomme jetzt dann ein Zeichen hier rechts, dass wir über diese Frage nicht antworten sollen, weil das hat mit dem Spiel nicht zu tun. Ich bin der in die